So, unsere Mitspieler sind Preemade, Yuna ist Bronze 3. Gegner sind 4er Preemade, alle bis auf der, der aus dem Nocturne, aber nicht Mord-Nocturne ist, Mildfight. Und sind alle Silber 2 bis 4, also einer 2, 2-3, einer 4 und einer ist Gold 4. Okay, unsere Bot-Lane. Also, Veins übrigens Silber 2 und gerade in der Promo. Und unsere Bot-Lane. Lulu Support. Was? Oh, ja. Ups. Na gut. Ein Bronze 3, ein Silber 1 gegen ein Silber 4 und ein Silber 3. Ich don't know. Ist der Lucian Silber 1? Was? Mhm. Warte, dann müssen die Bot-Lane nicht gewöhnen. Ähm. Warte, warte, warte. F**k. Not in position. Not in position!! Oh, hier ist es nicht drauf. Oh, du bist top, ne? Ja, okay. Ich bin irgendwie dran, ein bisschen geistig abgeben. Oh, da wäre ich lustig. Der Fisken ist irgendwie... ...huzelig. Ich mag mein Skin, ich blitze also schön. Würde Bot, äh, Mitte ganken gehen, wenn es dich nicht gestört? Ja, wenn der Freund nicht schon tot ist. Oh. Ah, okay. Ansonsten Top Ends für Spies. Oh, fuck, 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 eigentlich nicht nur den fast bleiben können. Wenn's jetzt nicht blöd ist, weiß er, dass ich komme. Wenn's jetzt nicht blöd ist, weiß er, dass ich komme. Ja. Gut. Was ist mit der Mitte schiefgelaufen? Hä? Was ist mit der Mitte schiefgelaufen? War das eine Frage oder eine Aussage? Das war eine Frage. Ja, wir haben ja eine Re-Kill, falls das unter schiefgelaufen zählt. Ja, jetzt darf Top End kommen können. Wir drücken den Free-Kill. Eigentlich, wenn ich Rippen spiele, sind die meisten Top End aus Free-Kill. Du hast die ganze... Weißt du, Danny, du sagst die ganze... Oh, es wird zu hart, mhm. Ja, ist es hier auch. Deswegen brauch ich hier einen Jungler, das ja. Ja, ich komme gleich nachdem ich Backfaller hoch. Es gibt Champs, die sind im 1-1, halt nicht gut. Und dafür im 2-2, voll stark. Ja. Läuft das Telefon? Entschuldigung. Der Kneipp hat der Brand 2. Ja. Ey, deren Jungler ist Bot. Die wahrscheinlich Mitte. Oh, ich komme jetzt über die Lane, oder? Ich bin jetzt über die Main. Ready? Läuft in die Oberstex. Oh, okay. Oh, okay. What???? Wenn die Stufe 6 ist, dann bekommt die so wie ein GF-Saut dazukommen. Echt? Ja, durch die Ult. Außerdem wird die Invis. Ich glaube, ich kenne Vayne nicht gut genug. Das ist dumm, ich komme nicht an dir ran. Oh, Achtung, Jungler! Nice. Das heißt, eigentlich macht er gerade seinen Blubuff nicht. Ich könnte voll den Blubuff invaden. Ja, okay. Aber dann geht der für den Reddruck invaden. Was geht der dann? I don't know. Jetzt hab ich den Mega-Logo gemacht. Okay, du denkst, er ist tot. Nimmst du das gerade auf? Nö, ich glaub nicht. Okay. Warum? Ne, ich wundere mich immer noch mal, wo du so hinguckst, den Lachtes Gapes. Also ich wundere mich nicht, ich frag mich nur so. Was ich so triefe? Oh, und ich riefe. Oh, ich morgens. Ich lerne mich nicht, was ich. Oh, ich habe... Genau zu filled. Oh, ich hab ein, ich drei Riefe. Ich habe ... Oh, ich bin zu. Oh, ich hab ein, ich bin. Oh, ich bin zu. Das war's für heute. Wie genke ich die am blödsten? Von Händen. Ah. Gar nicht. Jetzt ist dein Stunt nicht so früh werfen soll. Ah. Cool. Ich merke, dass wir dann später werden. Eigentlich bei allen, die... Ja, aber ziemlich dran gedacht. Oder auch wenn du von hinten kommst, kannst du generell immer warten, weil die müssen ja an dir vorbeilaufen sozusagen. Weißt du? Weil die waren ja zum Turret hinten. Ja. Das heißt, du kannst einfach warten, bis die genau neben dir stehen und dann wirfst du deine... Weil ganz viele werden auch flashen, wenn du so kommst. Und dann wartest du, bis die an dir vorbeigeflasht sind und dann wirfst's rein. Was kommt, dass du wirst? Wirellen das auch milieu. Sehr. Sehr, ich füge! Hohe, Sie sind kkeeping Lanzen. Hoheue. Mein H Babylon farm locate. Er킨 ist ja oka fit. Die spirit ist nicht lost. Was kommt jetzt der Weg? Ja. 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 Das war's. Das war's für mich. Loll, das ist der Dutch. Superstar Choose your impact Roll in the air Ich geh erst bei dir, und geh wieder. Nein. Ich krieg den Halt. Ja, ich geh immer als Uniform. Äh, grad stand sie ganz gut. Warte, beziehungsweise erstmalig. Alltag. Okay, jetzt. Warte, mehr. Sorry. Schmeißt du schon, als du sie meintest? Ja. 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 Oh, okay. 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 Blow it. Blow it and no? Okay. Okay. I just got to go. I can't go. I'm ready to go. My spirit is not lost. I'm so tired of having an evil thing. You're still a half-life and you're still a half-life. Yes, I was full-life and he's still alive. Ich hab mich drauf gehauen, bis Karbleib war. Da dachte ich jetzt, tank ihn. Und genau in dem Moment, wo ich meinen Q dann drauf gemacht hab, meinen Final, hat er zurückgepinkt. Obwohl ich fünfmal gepinkt war vorher. Was ich jetzt nicht verdient. Er war sogar... Es war nicht so, dass er jetzt keine Zeit gehabt hätte oder so. Bei ihm war niemand auf der Lane. Ich war gepusht. Ich weiß, es ist klar nur so, als ob du fast dran gestorben wärst. Nein, aber nachdem ich jetzt mein halbes Leben an diesem Bug verloren hab... Der Kontakt volltäuschete. Ops. Ups. Too much damage. Das ist gut. Oh Gott, das ist so gut Ich brauch Walsen Überblenden wir mal Köln? Der Arme Das kann man ja immer machen, wenn ich Würfen spiele Der Würfel kann Easy Ganks vorbereiten, weil ich kann so nach vorne springen und den Stunnen Das ist nur zweimal passiert, dass der Brand an uns gestorben ist Ja, weil zweimal genau gleich Ich kann von der gleichen Seite, du kannst von der gleichen Stelle Ja Das 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 Loll, das ist weg, Loll! Die Spirit ist nicht wahr. Und dann ist das so schön. Oh, guck mal, Ripe ist in der Mitte. Ich komm diesmal von Top. Das brampt. Äh, ja. Ja. Fass. Der eine ist blau, der andere ist rot. Hier kannst du nicht sagen, dass sie sich ähnlich sehen. Doch, sie sehen sich eh nicht. Es sind beide irgendwelche Feuertypen. Hä? Wo ist ein weißes Feuer? Ach, schade. Mach ich Drake. Ja. Hast du dich schon wieder zurückwundet oder hast du wieder nichts bei der Länge tanken lassen? Nein, hab ich nie. Ja, schade ich auch wieder zurück! Ich hab nur den Weg mit dem Komplen... Wie bist du die Kiefer? Wie nee! Wie findet ihr die Kiefer? Das ist ja Gefühlt. Ich weiß nicht, ob der für's gut ist oder ob der für's ultra schaden macht. Ich weiß nicht mehr, als er will. Ich hab auch mehr Farben. Und Ryze hat kein Feuer? Nein. Hä, wo hat Ryze Feuer? Denn sein Q ist rot, aber das war's auch. Sag ich doch. Das ist aber kein Feuer. Dort Elise Q ist auch rot beim Standard-Skin. Standard-Skin fährt aber schon. So, und schwarz muss ich. Oh Gott. Oh, der Teckel hat mir schon ab. Ich würde auch TP nehmen sagen. Wohl eigentlich nicht. Wohl zu Vayne, ich kill das einmal. Ja, dafür hätte ich viele andere Kisten bekommen. Oh man, das ist richtig bitter. Das ist schon das dritte Mal, dass er seine Ult verfehlt. Malfight-Ult. Malfight-Ult, die man nicht verfehlen kann. Ich geh mit den EZ-Kiss. Der Scheiß-Dingster sei weg. Das ist meiner. Was? Hör. Hör zu sehen, no! Hör hier lang. Hör. 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 Wer ist geflasht? Du? Naja. Hör. Hör. Dein Wischtern. Ok. Well ich job schon. Hör. Okay ich glaub, die geben gleich auf. F**k, der ist mit dem Köpfelholz. Ey, hilf mir. Ari, du bist von meiner Seite. Mh, aber nicht wenn du gegen 5 reingehst. Hab meinen Köpfel. Drei. Drei kommt in einer Minute. Bot hat wenig Leben. Und Mehrfight folgt dir. Der ist weg. Er ist weg. Der ist weg. wass mit T4 wass mit T4 Fuuuuck! Das ist das? Fuuuuck! Das ist das. 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 Oh, der gibt den Blooper. Oh, Brand. Ja, da kommen aber alle. No! No! Ari, warum hast du nicht den Kill genommen? Warum? Ach so, wegen ihm? Ja, ich wollte gern. Kill, Kill. Das ist wichtig. Oh, das ist das. Da sind ja auch Pop. Okay, da sind... Oh, der kann man schnell. Oh, nee. Wann? Oh, das ist das? Oh, man, look at das Kaffee. Das ist so schön. Oh mein Gott, Fist bekommt gleich einen Kill. Vielleicht vier Kill. Good job, kids. Good job. Loll. Drake is gone! Sani, bist du bereit, mir helfen zu kommen, falls jemand kommt? Die Helfer, falls jemand kommt? Fast. Ja, ich bin nicht so gefiedelt wie du. Ja, aber ich meine... Alle anderen fände ich mich an. Ich bin fast in der E-Verbase. Gasp! Das ist gut. Nicht mehr lange. Ja, nicht mehr lange. Äh, Leona? Leona? Will die retten und dann geht die wieder rein? Lol, what the fuck? Oh, Leona! Oh, echt jetzt? Du wolltest ja beim Estaten-Held noch zweimal den Stunt, der ihr nachgerannt ist. Und dann ist jeder von mir gebet. Yes! Oh, ist der Apple-Roft da? Melfi, ja, der ist da, aber das ist wahrscheinlich jemand gleich. Ach, guck mal, Melfi ist da. Willst du den? Okay, nice. Wow! Oh, da haben wir alle her. Lol! What, warum haben die alle her? Juice fichs, ey. Aber jetzt habe ich getrennt und ihn. Geht. Soll ich ein Thornmail holen danach? Die sind alle so AD-lastig, Catelyn und Vayne, obwohl Bran nicht. Cool auch nicht, na gut. Ist auch ein Benji? Nö, kostet ja ruhig ein Thornmail holen. Glocke, die sind alle so. Hau, 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 Hau! Hau, 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 Hau! Hallo, Dani! Glocke, ich hab' den Sackle. Ich hab' den Sackle. Renn, 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 renn Fuck What the fuck I've got a star in the background I've got a star in the background Also red left is there Even when one hit left In the background What the fuck Oh, oh, oh. um das ist sehr viel in der Mitte und noch mehr No, lass mir den Ich hab den Kopf Soll ich klingeln? Ach so, kann auch einfach die gehen Na gut Good idea Ich hab den Kopf Yura? Wegen sich die Indie Turrets eigentlich? Soll ich mir dann Reileys holen? Ist das für Fun? Ich kanns machen Es gibt Ability Power und Lef Oder ist das sehr schlecht? Das war das Dammit Item nochmal, weil... Heute lieber White, der weiß Dammit Chit Na gut ис paycheck Und weiter E 92 T metro Und hier ist sie Ich war schon Wseens Js EC Der Turret hier hat sich bisher nicht geheilt. Dauert es länger? Der hier, an der auf dem ich haue. Doch, ein Innet-Turret. Der fragt sich über die Zeit. Okay. Auf den Blatt auf der anderen Seite. Wenn das machen, geht's. Der Schulter und der Schulter. Bis zum nächsten Mal! Das war's für heute. Was macht ihr das da? Schreibt ihr irgendwas? Ja. Das ist gut, das war die Chance, okay, so komm. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh oh, 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 oh. Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich tot bin, aber vor allem meine Thornmail hat sie auch gekillt. Den Spiderlinger, warum auch drauf kommen? B.A.? Was machen? Oh, ich brauch noch reiches Gold, ich warte das einfach ab. Was sind schon reiches Gold im Late Game? B.A. 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 War cool, du dir die Köse, Abi. Wie ist es ausgegangen?